Hallo, euer Weiküter. Wir drehen herzlich willkommen auf dem Borussia-Kanal und zurück zu Jollibees. Wir haben ja letztes Mal die Nacht 1 überlebt. Night 2. Also die letzte Nacht 2. Ich bin nur gespannt hier. Kein anderen Caller, ah doch. Achso, except. Das eine animatronik, die nicht so gut geht mit der Flashlight ist. Er nennt sich Popo, der Kind in Blu auf Camp 4. Wenn er an der Fenster in deinem Haus ist, einfach nicht die Licht auf ihn. Manchmal wird es eher aggressiver, um die Lichter zu sehen. Also es ist wichtig, dass ihn nicht mit dem anderen auf Camp 3 verifizieren. Er nennt sich Yum, übrigens. Ah, dein Aufgabe für heute ist zu reparieren die Wasserpipen. Der Unterhaltung ist in Torleisch-Show-Stage. Was? Wirklich? Wirklich? Was sagt er? Ich verstehe da mit der Geilbord her. Jesus Christ! Ist schon verrückt, ne? Wir sind jetzt erst in der zweiten Nacht, ne? Die Truller hier links. Und dann hier immer schön auf die Augen achten, ne? Holy moly! Das ist mir einfach zu viel. Das sage ich euch jetzt schon, ne? Ich glaube, ich behalte nur die Wands im Auge. Ich glaube, das ist das Sinnvollste, oder? Ich denke mal, das ist das Sinnvollste, was ich hier machen kann. Alles andere würde mich eh überfordern. Aber maßlos, ne? Ja. Mit der Augen. Siehst du nicht da? Oder der in der Mitte halt, ne? Jesus Christ! Nein, ich will ja nicht hier mehr machen. Verstehst du ja? Halt die Fresse. Immerhin eher in der Augen. Ich bin über... Leute, ich bin überfordert. Aber total überfordert. Total. Fingst alle her. Wenigstens kommt man da wieder schnell zurück. Verstehst? Das ist ein bisschen crazy. Das ist total crazy, ich sag's euch. Aber genial. Ich liebe es. I love it. Ah, ein Spiel für den Rossi, ne? Nein, ähm, nicht. Ich bin da so schlecht. Vor allem im schnellen Handeln, ne? Bin ja irgendwie... Doof. Ich hab aber noch nicht einmal aus Versehen... ...das Licht abgemacht, oder? In der Office. Wie so'n Stolz. Passiert mir ja auch öfters, ne? Es ist jetzt aber ziemlich ruhig im Moment, ne? Das gefällt mir nicht, ne? Jesus. Really? I do not shine! Ah! Not... 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 Not shine! Not... 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 4 Minuten wieder für den Arsch. Und ich war schon bei Fyuu, oder so, ne? Arsch. 4 am. Man. Not... Ich bin so blöd. A little bit silly. You know this? Das war ich so gut drauf, Leute. Aber ehrlich, oder? Mistverdammte. Es nervt mich ein bisschen. Lass das Licht ab, ja, ich sag das. Holy Mode. Gut an dem Spiel für dich vor allem, dass die Zeit relativ schnell rum geht. Nicht so lange braucht. Das ist immer gut. Wenn ich unterscheiden könnte, wer wer ist, ne? Jesus Christ. Wenn wir ihn im Griff haben, wo er in 13 kommt. Dann wäre das eine feine Sache, ne? Wäre das eine feine Sache, ne? Oh, was? Ich gebe dir mein Bestes, verstehst du? Ich versuche mein Bestes zu geben. Wenn der nicht in der Mitte wäre, ne? Mit dem Ausschalten. Dann wäre das ja ganz klasse. Dann wäre das super klasse. Was? Also... Puh! Oder? Was? Gehst du weg? Blöde Kuh. Das ist halt mal... Das ist total verrückt, was das ist. Jesus Christ, Superstar. Ist er wieder zurück? Er ist wieder zurück. Er ist wieder zurück. Er kommt wieder. No! No! Er ist nicht hier. No. Das ist er. Das ist er. Das ist er. Open, 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 open. Crazy, oder? Einfach geniales Spiel. Hau ab her. Jesus Christ. Leute, ich kann bald nicht mehr. Ich bin total außer Atem. Aber sowas will ich. Nicht anleuchten. No, no. Er ist wieder zurück. Ja! Streich! Baby! Ja! Go to Trillis Showstage. Komm her, nur hier hin, oder? Ich gehe mal da lang. Nein. Ich gehe da lang. Da lang. Da lang. Da lang. Ich weiß es. Ich habe mich verlaufen. Ich fände hier nie wieder raus. Was ist das? Geh da lang. Geh hier lang. What? Jetzt bin ich in die Küche. Geh da lang. Shift complete! You went home. Wow! Night 3. Holy moly. Ja Freunde! Das war Jollibee. Nacht 2. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet auf meinem Reustekanal. Es ist so ein geniales Spiel. Schreibt es in die Kommentare. Bewertet dieses Video. Und es wird auf jeden Fall noch einen weiteren Part geben. Mit nach drei... Ich weiß nicht. Aber du hast den Kopf drücken. Press den Hitbutton für den Subscriber-Chall. Ich bin immer noch so geblendet. In diesem Sinne genießt das Leben. Schauen wir euch live. Habt Spaß miteinander. Und bis zum nächsten Mal. Ich sag tschau mit der Unfigurling. Und uns war los. Die Kaninette. Sehr gut. Bye. Wir sehen uns. Bye-bye. Bye-bye.